alle Schilder und Willkommen zu der Pläne von Angelicke 2 und es war dann voll gefällig nach dem Markt gegen den Bord Wollte auch zu zeigen was ein Klaus Kastler aus ich bin Klaus so vor nicht Entschuldigung ich bin eher das war übrigens meine Tür die gerade um ich habe haben und weiter beobachten also nicht beobachten aber mitkriege falls da irgendwie was gebacken wird mein Klaus in einem Flur was gebacken werden du bist alleine keine Ahnung ja eben deswegen ja soooooallein hä? 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 wovon reden wir? ach warum verkacke ich diesem Boss so sehr dieser Boss ist scheiße weil er einfach du gehst einfach zu denen einfach dahin Hashtag Climing ist nötig Hashtag Fail hier Hashtag Fail kann ich nicht bemerkt Hashtag Fail ist so ich kann mit dem Maxi-Pilz dem Max-Kraft-Pilz-Meißen ja ich glaube zwar ist es auch die E-Mail nur in der in Schatten und Provenz aber es ist So, Scheiße. So, 6 Kp höchstens. Das ist Scheiße wieder gerettet. Was, was werde ich Robert schon wieder verkacken? Ja, natürlich. Ja, sorry, ich habe keine Strats gegen den. Die Wahrscheinlichkeit, dass Domi fucker liegt bei 99,9%. Halt die Fresse, Pfeil! Nein! Sie hat doch recht. Was? Was? Aua. Okay, okay. Es sieht schon mehr so aus wie der Kampf eben. Aua. Ja. I'm gonna... Wie ich schwinge die wie verliegen. Wie Domi einfach mit dem kack einfachen Boss da so enorme Probleme kriegt gerade. He's dead. Weißt du, ne? Alter, genau wenn ich das immer sage, ne? Dann passiert irgendwas anderes, ey. Das ist immer so. Du solltest sagen, er schafft das Level. Dann schaff das nämlich nicht. Du darfst das nicht laut ausreden. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass Domi jetzt fällt, liegt... Genau. Dass Domi jetzt fällt, mit direkt bei 0,000,000,000,000 Prozent. Ja, genau. Weil das... ...spielst du nicht, oder wie? Ja, Kappa. Ach, schon wie ein Schabana-Komete. Lass mich nur Ruhe. Danke. Ach, warum denn? Ich würde... Ich würde... Die Kometen fand ich immer am besten. Ja. Komm, mach mal die Galaxie da rechts. Genau, die... Rechts, immer rechts! Cooler Co... Nein! Wo wäre das so ein... So ein... Doch, doch! Doch, doch! Doch, doch! Doch, doch, doch! Ich bin failing! Ramm den silbernen Kettenhund! Ich glaub da... Kettenhunde? Kettenhunde? Oh, nein! Es ist da halt! Diese Welt wollte mir gefallen. Mir aber nicht. Halt die Fresse-Schild! Nein, die Fresse-Schild, ey! Du hast die Fresse, du Katt-Schild! Gut, genau so! Du machst das! Und jetzt hat's deine... Wie... Okay. Du musst den gerade halten und dann neigen! Du musst dein Ding gerade halten, sonst wirst du's nie schaffen. Oh, scheiße! Ich kann doch... Diesen Abschied kann ich jetzt schon nicht leiden. 吃! Bääähhм! Duk-Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. -du du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Genau, Tommy! So ein temptedn... Da sind alle tongue-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Und da sind überall.. Das key! Das key! Das key! Das key! Daz key! Die sind Schienen Sentai Daz key! ... I чуд! Doch! Er muss den Dungeon da auch rufen! Aber ich mag das jetzt schon namine, in den letzten Dorf Mario erledigt der Lettion of Zelda Mario Edition würde das jemand von uns am Leben er ist doch nur mal so eine Frage an alle da draußen gehört haben würde jemand sowas spielen in der Lettion of Zelda Mario Edition die können wir in die Kommentare schreiben wer das erste Mal dass mich jemand in die Kommentare frei was ich gefragt habe und immer heißt die Antwort von euch nein die Wahrscheinlichkeit dazu beträgt was ich nicht wie viel funktioniert Pfei hat gesagt das würden viele spielen ja 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 nur weil Mario und Zelda drin vorkommen Ok Lettion of Tarpathor, Zelda Edition würdet ihr ein Pokémon äh, The Legend of Zelda spielen? nein doch wenn Karpathor Kanondorf wäre dann schon ich glaub mir er würde ich denke das würde besser passen wenn er ein wenn er ein Garados wäre kein Karpathor nein Karpathor wäre Mido wie heißt das? Kappa Kappa geh sterben du scheiß Hund du musst denn auf die rote Platte oh fuck you oh scheiße man oh scheiße man oh scheiße oh ich bin gleich im Auber ich mag die Galaxie nicht merkt man das ich glaub nicht äh äh ich merk gar nix Tom sonst hast du die nicht magst ich hab das Gefühl du hast riesen Spaß gemacht ja man sieht man sieht seit der ersten Minute man sieht deine man hört man sieht das an deiner Stimme ne ja man hört das total du hast die irre verstanden ne du geh sterben nein 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 haha ich hab vermissen das war jetzt arschlustig geworden wenn du da der Kante stehen geblieben das ist so close er doppel kill alter hau müßiger leider ist die ganze Partie zu tun oh dankeschön jetzt ist er noch bereit ja nein und wenn dann noch ein Stern kommt ist mir egal da kann das sterben gehen der ist mir Wayne wir müssen mal so ein Galaxy Teil 100 Prozent der Papa ja da machst du das aber bitte ne mh mh du spielst dir so gut ich bin noch ein schlechter Brünn ich schwächel bist du auf viel besser als Billightet Zombie um seinen Skill Ich wette dagegen. Ich bin viel schlechter als du. Natürlich. Ich habe einen Brief für Baby-Luma. Mein lieber Baby-Luma, ich mache mir Sorgen um dich, doch ich weiß, dass es Mario gut auf dich auch gibt und dich in Gefahr bringen würde. Vielleicht könnt ihr hiermit etwas anfangen. Müll die Kraft der Sternteile mit euch sein. Rosalina? Diese Spoiler! Wer Galaxy 1 gesehen hat, dann müsstest du wissen, dass dieser Brief von Rosalina ist. Ich habe es gesehen und wusste es nicht. Kapat. Bei Fortsetzungen... Puh. Guck den ersten Teil. Birnenbären Panik im Buchhaus. Im Buch. Nein, Joshi! Auch nö. Na, Jörg, ne? Oh, nein. Wichi! Ich hatte gerade übrigens... Ich glaube, dafür ist Joshi sterben. Du bist reif? Sei das... Oh, hallo, Luigi. Komm, das ist die Luigi. Wo ist ein Staubsauger? Spiel Ghostbusters. Das wäre echt cool, wenn du den Staubsauger da hättest, ne? Ja. Nein, das ist nicht. Dö. Dö. Haben die jetzt gewechselt? Ja. Warum? Weil ich das wollte. Geil. Weil die Geister wird immer noch Mario. Luigi gehört. Immer noch Luigi. Mario. Das gefällt mir nicht, dass die Tür jetzt von meinem Zimmer auf ist. Ich fühle mich wieder raus. Du squatter mir die Aufnahme rein. Ich glaube, ich klatsch ihm gleich eine. Wer? Du weißt genau, wer. Der. Dein Bruder? Ja, ich glaube, er kriegt gleich eine Gericht gescheuert. Georg? Ich dachte, es wäre klaus. Georg? Jan. Das war ja jetzt irgendwie voll mal... Bist du betrunken, Domi? Nein, ich bin gerade nur ein bisschen angepisst. Das wäre gerade aus, als wenn du betrunken wärst. Ich kann nicht mehr gerade auf einer Linie laufen. Kann ich auch nicht mehr. Hä? Ich würde aufpassen, jetzt wird es nämlich schwerer. Pass auf! Pass auf, Domi! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Noch nicht, noch nicht, noch nicht! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Gehantetet! Gehantetet! Springen! Nein, nein, nein! Oh ja! Oh nein, nein, Może nicht. Não tômação Jetzt steh! Ich bin gespannt! Oh mein Gott. Das wäre jetzt halt der Treu gewesen, wenn da jetzt noch länger nichts gewesen wäre. Alter, wie es schon 6-0 steht. War es wirklich? Ja, Schürrle hatte das in der 69. In der 69. hat Schürrle noch eins gemacht. Dein... Yoshi ist ne Taschenlampe. Keiner! Was Dante hat... Was Dante ist... West-Brasiliener? Keine Ahnung, was soll ich das wissen? Egal, GG in Deutschland, ne? Ja, GG. I don't... I still don't care about the WM. Was? Ich glaube, einer der WM hat doch die WM Kappa. Nein, ich schau die WM nicht. Da werde ich bestimmt nie tun. Ja, ich auch nicht. Du, du, du. Was tut denn im Moment gerade? Nur die Ergebnisse sehen. Der guckt wahrscheinlich Teletext, wo? Schmeckt der Reisbians? Aha. Leis bis zidese? Ne, talentisch. Ich hab das für ein Kriterium geholfen. Auch noch mehr Komete. Nein. Tch, 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 tch. Warum nicht? Ich will die Kometen. Ja, ich hoffe. Ja, ich hoffe. Kann man ja auch irgendwie frei wählen? Ja, schön, wenn Louis die einfach mal wegfallen würde, sagen. Und die Dame, Louis, eh. Es ist doch so, wenn man einfach selber ansprechen könnte. Ich hoffe, dass du keine Tausendstürmersthernteile daher bringt mir das nichts. nichts ich glaube würde auch niemals welche tausend stück abend bezwingen das Spunkorridor die 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 was muss mehr kalt die Aussie sind ganz gestorben was ist da los ich möchte ja kein Schock bereiten wer KS schicken du kannst ja ruhig über ein paar okay das ist ein Mario er die geistet werden ja geist wort der vorhanden laut ist nicht gut genau das ist wirklich nicht gut Der Hechtsprung. Der Beckenstoß. Tommi. Nein, Buhu. Der Beckenstoß. Ich ver... Unfair. Hashtag unfair confirmed. Ja. Was zum Teufel. Die Perspektive ist gerade ein bisschen doof. Hashtag Perspektive ist doof. Ja. Oh mein Gott. Hashtag Perspektive. Swamp. Hashtag der Wäschendon. Wo, wo, wo? Hashtag Fun. Ja, voll das Fun hier. Domi freut sich schon richtig, darauf befressen zu werden von einem von diesen Dingern. Von diesem Knochen-Trockengesicht an. Von diesem Knochen-Trockengesicht an. Von diesem Knochen-Trockengen an. So weit ist noch fliehen können. Äh, gern. Noch nö. Wo ist der Unterschied zwischen den Farben? Keine Ahnung. Der große Buhu hat genauso Angst wie die Kleinen. Fail. Großer Buhu Angst confirm. Was schützt er? Ich halte mir lieber das Gesicht zu. Ich bin in Wirklichkeit ein Shy Guy gewesen damals. So. Hat wieder einer. Natürlich. Ja, ich kann es langsam singen. Oh, ein neuer Komet auf einem Stern. Oder wie. Ja. Du hast immer noch nicht die tausend Stück. Ja, aus dem Lagers, hä, hast du nicht welche noch im Lager oder was? Was soll ich das, was ich im Lager habe? Ja, halt kein Lager. Braucht ihr übrigens Angst, was? Angst Stradam. Das war eigentlich auch wieder mal cool, ne? Da gibt es auch schon wieder eine gewisse Person. Angst Armada. Da da. Oh, als würde ein Boss mit nem Yoshi oder wat? Komm, soll Yoshi nicht hier rum? Ich sehe das schon wieder kommen. Wenn die Leute mich jetzt wieder sehen könnten, dann würden sie sich wieder denken, Mann ist der hässlich und zweitens... Verdammt, der macht sich echt wieder Sorgen um sein Yoshi. Ich glaube, ich mache mir eher Sorgen um Mario. Ich nicht. Ach, oh Gott, sag mir nicht. Oh. Hau ab. This is gonna be funny. Oh. It's gonna be funny, Trisset. Fursch! Ach, das ist ja langweilig. Easy mode confirm. Nein! Nein! Sack! Ah, bitteschön. Oha, der hat den... Nein, Yashi! Ja, das ist Yashi, du wolltest, ne? Ja. Yashi! Yashi, tot! Nein, ich hab's nur noch! Oh, Mensch! Yashi hat Sternteile ausgekackt. Ja, süß. Das hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Finistens hätte mich dann jemand geliebt. Was? Oh mein Gott! Komm schon. Da, tschüß! Da, tschüß! Dann, tschüß und tschüß! Da, tschüß! Whatever I have to do! Suck! Dem... Dem hammer, Pruder! Verdammt! Was ist das? Komm, jetzt aber! Da! Äh! Fail! So! Jetzt aber! What the?! Perils of the Caribbean! Da, tschüß! Und mit der eisem Mund ist das schwerer! Es klingt! So, hat die Kometen Münze noch mitgenommen. Läuft bei mir. Und jetzt tot! Wuh. Wuh. Wie, in welchem Sinne? Weiß ich nicht in welchem Sinne, ne, das fühlen wir noch voll, ich bin ja mit am Leben. Und wo ist Jan hin? Ich bin noch da, ich höre noch zu. Das soll, hä, das soll nicht da. Hallo Bowser Junior, was geht? Habst du nicht genug? Ich werde dich von meinem gemütlichen Cockpit aus fertig machen. Du bist also von unseren schönen großen Stern hierher gekommen, dann hol ihn dir, du Angeber. Ich finde das so süß, wie Bowser Junior so einen Zahn da draußen hat. Jomi, was sagst du hierzu? Ich sehe gerade dein Gesicht nicht. Warte. Oh, scheiße. Da, voll auf deine Brust. Nehme auf die Nippen. Puh. Oh nein, meine Gäste. Wow, dieser Boss, der ist so schwierig. Hey, du Arschloch. Hört, weil schießt er jetzt, ne? So, da einmal hinfeuern. Ich muss auch nach hinten nochmal, ne? Echt? Ja, hinten waren auch noch welche. Ja, genau, Opfer, das Yoshi, für diese kleine Spalte, du Arsch. Ah, wofür ist denn das Ding da? Yoshi! Du hast Yoshi getötet. Wie kannst du es denn? Komenasai. Wo ist Yoshi hin? Er ist tot. Wo hast du ihn getötet? Ich werde jetzt heulen. Da unten auf den Boden. Wo ist das eigentlich? Wo geht er hin? Stipp, 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 stipp. Nein, ich sterbe nicht. Ich werde jetzt hier heulen. Fick dich. Hinter euch im Stuhl. Auf den Stuhl. Du Mörder. Ja, Rüster, ihr beide seid Mörder. Hey, Robert freut sich darüber, nicht ich. Robert, da steht ja auch auf das M. Das erinnert mich, trotz er sich. Das war nicht schlecht genug. Jetzt, ihr Mörder, jetzt noch einen, wie kennt ihr das? Zack, voll in den Rücken, du warst. Ich würde das Yoshi werfen. Oh, jetzt sieht er mich wieder, das will ich wahr sein. Geh nach Hause, boah so ein Video. Und los. Ah, zack. Ich glaube, ich habe das Prinzip vom Kampf langsam verstanden. Kapitän. Du auch? So, und jetzt? So, wer ist die? Ich kann da eigentlich schon, dass du das kriegst. Oh, ja. Es ist eine Navigationssysteme kaputt. Was hat der hier zum Problem? Jetzt musst du auf sein Kopf scheißen. Jetzt musst du auf deinem Kopf scheißen. Ja, das war's. Ich glaube, wenn du... Ach, wie war's. Während er seinen Kopf so runterhaut. Ja. Achso. Komm, hau deinen Kopf hoch. Während er deinen Kopf schlägt. Hm. Komm, trau dich. Braude, Junior, du traust dich doch eh nicht. Wow. Oh. Zombie? Das ist so knapp. Das ist so knapp. Robert, du freust dich einfach nur... Komm, so stier. Ja. Nein! Nein! Ich bin jetzt hier und ich gehe jetzt meinen Haus auf Krieg. Oh, Mann. Oh, Mann. Robert, bitte, hör auf. Danke. Ich habe keinen Bock, den Boss nochmal zu machen. Doch. Ich bin jetzt hier. Du bist ja auch. Du bist ja so knapp. Ja, der ist wieder heim. Und du bist ja klar? Nein, ist das nicht gut? Oh, Mann. Du bist ja. Ja, der ist ja falsch. Ja, der ist ja falsch. Und der ist ja falsch. Das ist ja falsch. Es ist ja falsch. Oh ich bin tatsächlich für mich. Ich weiß es. Oh, Yashin! Jetzt Yashin wieder... Ja, damit hätten wir die dritte Welt abgeschlossen. Läuft! Nein, geht's nicht. Ein Weltentor wurde geöffnet. Du-du-du-dum! Was sagt er doch nur, wie er kann wieder in weite Welt entfahren, oder wie? Einer vertritt sich doch, das verbreitet der dritte große Stehmann. Nun gut, wir wissen sicher, dass dieser Unholten immer noch irgendwo da draußen in sein Unwesen treibt. Dann sollst du es zunächst fetschen, von Steuermann. Ja, und danach werden wir auch die Session. Ja. Ja. Weil du musst dann aber bis jetzt langsam ins Bett, du? Du musst langsam mal ins Bett. Ja. Ich hab morgen schon und... Okay, ja. Ja, scheiße, mal. ...undf bastu vor sieben um hauen zwo und sea Gefahr aufs ... Sch Wrestle Bitte, was? Sie machen jetzt plural handy geländen ist, hier? Es ist richtig gut! Was ist der weiß ich auch, ein Süßes... wir machen Stefhammer in die работу, vom Hut kommen zu und das blad und landen. Die machen wir nichts, warum er ins Bett muss... Verlörende… also dann die Omelette, die Ideen parateln, die zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.